Was für Schild bedeutet? Eure Kinder lesen den Koran? Wollen Sie diskutieren? Das ist so unversicherbar! Was schuld wisst du auch? Dannhettoierskräfte. Ich bin mir ein Geschicht. Nazis raus! 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 Nazis aus! Hau ab! 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 Ich wollte eigentlich nicht so ausdenken. Es ist interessant, wenn wir mit den Einzelnen sprechen, dann geht was. Aber sobald die Schreie einlösen, dann wird kollektiv. Aber sobald die Schreie einlösen, dann wird kollektiv.